Lotte ist mit dem Fahrrad gefahren. Als sie gebremst hat, konnte sie sich nicht mehr auf dem Fahrrad halten und ist gestürzt. Sie hat Schmerzen im Arm. Der Arm muss ruhig gestellt werden, dass Lotte weniger Schmerzen hat. Nimm dazu ein Dreiecktuch und mach einen Knoten in die Spitze, die gegenüber der langen Seite liegt. Zieh ein Ende des Dreiecktuchs unter dem verletzten Arm durch und lege es auf die unverletzte Schulter der Person. Schlage den Arm in das Dreiecktuch ein, indem du auch das andere Ende nach oben ziehst. Verknote die beiden Enden seitlich des Nackens. Entferne Schmuck vom verletzten Arm wie Ringe oder Armbänder. Kühle den verletzten Arm mit kalten Umschlägen. Führere Basismassnahmen durch. Führere Basismassnahmen durch. Kühle den jungen Bege. Untertitelung des ZDF, 2020